Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BursaDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 20. April. Gut, wir beginnen am heutigen Donnerstag zunächst mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Tagesschart. Da bewegen wir uns aktuell weiterhin seitwärts hier um den Widerstandsbereich bei 4.160 Punkten. Wir haben bereits am Dienstag hier einen Durchbruchsversuch unternommen und haben im Tageshoch am Dienstag 4.169 Punkte erreicht, sind dann aber doch wieder nach unten abgeprallt. Am Vortag konnten wir uns dann bereits wieder erholen und erneut hier den Widerstandsbereich um 4.160 Punkte anlaufen. Im Tageshoch lagen wir bei 4.162 Punkte, ein Durchbruch gelang aber weiterhin nicht. Allerdings zeigt der S&P 500 hier weiterhin Stärke und solange wir über dem 10er EMA der hellblauen Linie notieren, die sich aktuell bei 4.124 Punkten befindet, ist dann eher mit weiter steigenden Kursen und auch einem Durchbruch nach oben hier und einem Hochlauf Richtung 4.200 Punkte zu rechnen. Sollte es doch zu einer nachhaltigen Korrektur kommen, also zu einem Durchbruch hier unter den 10er EMA, dann wäre mit einem weiteren Rücklauf zu rechnen zunächst Richtung 4.100 Punkte und darunter dann zur Unterstützung bei 4.060 Punkten. Gut, wir kommen dann zum 4. Greed Index auf der Seite von CNN Business, da befinden wir uns im Quantil Greed bei 68 Punkten. Wir könnten noch weiter ansteigen und den Bereich von Extreme Greed anlaufen. In diesem Bereich zeichnet sich dann eine Überkauftheit in der Regel ab im großen Bild und dann wieder nach unten abdrehen und letztendlich wieder zurückkommen in die Quantile Greed Neutral 4 und möglicherweise auch dann Extrem 4. Wir haben also noch Luft nach oben, wir sind noch nicht überkauft im großen Bild für den S&P 500 und könnten also noch möglicherweise etwas weiter ansteigen. Gut, wir machen dann weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Tagesschart, da konnten wir am Vortag bis 15.908 Punkte ansteigen und lagen damit knapp unter dem Verlaufshoch bei 15.916 Punkten. Zudem sind wir mit einer bullischen Tageskerze bei 15.895 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Aufwärtsdynamik ist also weiterhin vorhanden. Sollten wir doch eine Korrektur starten, sollte die höchstwahrscheinlich bereits wieder hier über der Helblower Linie dem 10er EMA auslaufen. Und solange der 10er EMA auch weitgehend verteidigt werden kann, ist dann eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Und einem Hochlauf zur Marke von 16.000 Punkten kommt es doch zu einem Kursrutsch nach unten. Unter den 10er EMA würde ein kurzfristiges Short-Signal generiert werden und in diesem Fall höchstwahrscheinlich dann ein Rücklauf stattfinden zur Unterstützung bei 15.500 Punkten. Gut, wir kommen dann zu den Long- und Short-Bereichen für den DAX für den heutigen Donnerstag. Die haben sich zum Vortag nicht verändert. Wir sind weiterhin im Short-Bereich zwischen 15.950 und 16.000 Punkten, sowie im Long-Bereich zwischen 15.700 und 15.750 Punkten. Gut, und damit wären wir dann wieder durch mit dem Ian G. Markets Morning Call für den heutigen Donnerstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem Ian G. Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading. Vielen Dank.